Guten Tag miteinander, Neff von der Firma Hess, Geschäftsführer. Wir alle werden Zeugen sein, wie in den nächsten Jahren wirklich der Stadtverkehr elektrisch wird. Und der Bus wird da keine Ausnahme bilden, er darf keine Ausnahme bilden. Und die Technologie, die steht auch bereit, die ist in den Startlöchern mit unterschiedlichen Reifegraden. Es gibt den klassischen Trolleybus, wie wir das vorhin schon öfters gehört haben. Es gibt aber auch andere Technologien, die teilweise auch draußen zu sehen sind, mit induktiver Nachladung, mit konduktiver Nachladung, mit Plug-in. Da gibt es verschiedene Varianten von verschiedenen Herstellern weltweit in verschiedenen Reifegraden. Auch unser Haus hat da mannigfaltig entwickelt, engagiert. Im Bereich der Oberleitungsbusse, der Trollebusse können wir auf 75 Jahre Erfahrung zurückschauen, mit mehreren Tausend Trollebussen, die in der Vergangenheit und auch heute tagtäglich Zehntausende, Hunderttausende von Fahrgästen pünktlich an ihr Ziel bringen, an ihr Ziel, das sie dann vielleicht auch weiterbringen muss. Und deshalb auch ein hoher Anspruch ist an Zuverlässigkeit, an Verfügbarkeit, und man nicht wegen einem unzuverlässigen Bussystem allenfalls den Flieger verpasst, wie mir das am Montag passiert ist. Aber wir haben auch andere Beispiele im Einsatz, sei es mit induktiver Nachladung in Mannheim, funktioniert gut, sind zwei Busse, die da vom Hauptbahnhof aus täglich ihre Runden fahren mit Prime Move. Wir haben andere Systeme im Einsatz in Luxemburg, Plug-in-Hybrid oder auch in Genf, das bekannte System Tosa, und da ist auch entschieden, dass in den nächsten Jahren eine Linie umgebaut wird, vollständig auf Elektroantrieb, notabene eine Dieselbuslinie, und da werden dann pro Jahr mehrere Tausend Tonnen CO2 eingespart. Ich habe es vorhin erwähnt, es sind verschiedene Technologien in den Startlöchern für diese Elektrifizierung mit unterschiedlichem Reifegrad. Der Trollibus hat auch eine Weiterentwicklung erfahren in den letzten Jahren und wird auch weitergehen. Er hat von daher technologisch einen gewissen Vorsprung im Reifegrad, und gerade mit der In-Motion-Charging-Technologie können wir ihn zunehmend unabhängig von der Oberleitung machen. Er erhält einen Freiheitsgrad und erlaubt ihm zusätzliche Einsatzgebiete, was natürlich das Ganze mannigfaltig vereinfacht. Es gibt dazu auch Nachrüstlösungen von bestehenden Trollibusflotten, wo die klassischen Dieselgeneratoren ersetzt werden mit Batteriepaketen höchster, neuster Leistungsart und dadurch wirklich die Freiheitsgrade auf Linien erhalten, sei es, weil sensible Abschnitte sind im innerstädtischen Raum, sei es, weil ein Neubauquartier erschlossen werden muss. Da hat man heute tolle und sehr, sehr zuverlässige Lösungen, auch mit sehr großen, großen Gefäßen. Also das ist ja, glaube ich, auch eine der ganz großen Herausforderungen. Ich behaupte hier in diesem Raum, der Busverkehr wächst schneller weltweit, als die Batterietechnologie effizienter wird. Wir haben über die Hälfte der Menschheit, die heute in Städten wohnt, gerade die mittleren Städte weltweit wachsen sehr stark und mittlere Städte sind Städte mit mehr als einer Million Einwohnern. Der Ausbau des Schieneninfrastrukturnetzes dauert viel zu lange, kostet viel zu viel Geld und dazu brauchen wir elektrische und eben auch leistungsfähige und sehr, sehr zuverlässige Bussysteme. Hier ein Beispiel eines Doppelgelenk-Trolleybusses, wie er in der Stadt Zürich im Einsatz ist, mit einer entsprechenden Bauart, die auch dem Elektroantrieb gerecht wird, weil in der Regel kostet ein Elektrobus auch etwas mehr und dann muss die Lebensdauer ja auch entsprechend das dann amortisieren können. Verschiedene Modellrechnungen zeigen eigentlich, dass bei 20 Jahren Einsatzdauer, Investitionsdauer der Elektrobus günstiger kommt mit allen LCC-Kosten und Infrastrukturkosten als ein Dieselbus. Also der Elektrobus muss sich auch von der finanziellen Seite überhaupt nicht verstecken, sofern die Parameter dann auch wirklich korrekt dargestellt werden. Entsprechend eben auch, wie es schon angesprochen wurde, die Möglichkeit, den Busverkehr sehr, sehr leistungsfähig zu machen, auch als, ich will nicht sagen Konkurrenz zur Straßenbahn, aber doch als Segment zwischen Bus und Bahn aufzuwerten, sei es durch eine sehr, sehr schnelle Realisierungszeit, das braucht nicht lange Planungsphasen, wesentlich kürzer als bei Schienenprojekten, er ist natürlich von der ganzen Investitionssumme her auch deutlich unter einem Schienenprojekt und flexibel für weitere Ausbauten. Hier ein Beispiel erneut aus der Stadt Zürich und ich glaube, wir haben auch Vertreter aus Zürich hier im Raum, wenn noch Fragen wären, sind da sicher auch Möglichkeiten, diese korrekt zu beantworten. Summa summarum, Elektrobus und insbesondere der Trollebus leistet bereits heute einen markanten Beitrag in sehr vielen Städten für die Lebensqualität. Hier ein Beispiel aus Lausanne, wo man wirklich tagtäglich Zehntausende von Fahrgästen zuverlässig an ihren Bestimmungsort bringt und trotzdem die Qualität für die Anwohner, für die Geschäfte nicht reduziert und das in all den Möglichkeiten, sei es in kleinen Gefäßen, sei es als großes Gefäß. In diesem Sinne müssen wir nicht warten, noch Jahre, bis die Technologie reif ist, um auf Elektrobusse zu wechseln. Bestehende Systeme werden besser. Der Trollebus bleibt ein professionelles Tool, das bereits heute einsetzbar ist. Besten Dank. – Sägein. – Sägein. – Sägein.